Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Wir sind jetzt bei Türchen Nummer 8 in unserem Filly Witchy Adventskalender angekommen. Das hier sind die bisherigen Teile, die wir haben. Ein Tannenbaum, ein kleines Tischchen, Sticker, eine Eichhörnchenfigur, ein goldener Feenstab, dann Aqua, das Filly Witchy Pony und eine kleine Weihnachtsmannfigur. Und Türchen Nummer 8 ist hier. Und wir schauen jetzt mal, was da drin ist. Eine Karte mit zwei Filly Ponys drauf. Vielleicht gibt es da noch mehr Karten, so dass es so eine Art Memory oder sowas wird, könnte ich mir vorstellen. Ich lege das jetzt einfach mal hier zu den anderen. Wenn ihr wissen wollt, was sich hinter Türchen Nummer 9 verbirgt, schaut einfach das nächste Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, mir einen netten Kommentar hinterlassen. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zur nächsten Tür. Bis dann. Tschüss.